Mein Name ist Melanie Huml, ich bin Umwelt- und Gesundheitsstaatssekretärin und aus Bamberg und daher kenne ich das Projekt Sommeroper Bamberg von Anfang an. Und das Projekt hat mich immer schon begeistert, weil es die Möglichkeit bietet, jungen Künstlern eine Oper erarbeiten zu können, in Workshops dabei sein zu können, großartige Lehrer kennenlernen zu können und dann eben auch eine Oper aufführen zu können. Ein tolles Projekt für junge Künstler und dafür brauchen wir aber auch die Unterstützung von ihnen, weil es natürlich auch gewisse Kosten hat, wenn die jungen Künstler hier übernachten wollen und so weiter. Deswegen wäre es klasse, wenn auch sie dieses Projekt mit unterstützen würden. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.